hallo und herzlich willkommen zu ja einen kleinen vorgestellt oder ich weiß noch nicht genau was es werden soll nämlich camp out ich verzweifle hier nur gerade ein bisschen an der einstellung weil das spiel überhaupt nicht das tun will was ich möchte mal ist es auf meinem normalen bildschirm dann springt es wieder auf dem anderen bildschirm dann darf ich meine 2k nicht mehr einstellen dann crash das spiel ja ich hoffe dass dem jetzt gleich nicht so sein wird wenn wir spielen sondern dass das alles ziemlich kontinuierlich läuft mit wir meine ich natürlich auch den ich brauche wieder ich muss mein mein steam deck mein virtuelles muss ich wieder reinmachen und dann so ein applaus rein ja ich bin ein bisschen verwirrt weil eigentlich drin stand dass das spiel auf deutsch sein soll ich finde kein deutsch deswegen müssen wir jetzt leider so starten ach so wir können doch gar nicht starten weil ich es noch nicht geschafft habe ihn einzuladen moment ich versuche es noch einmal das kann ich habe immer noch keinen ton und er gut musik habe ich natürlich ausgeschaltet der ton gibt es nicht es gibt keine sprachsteuerung ausgabe davon es hat keine aber anscheinend hat es einen 3d effekt oder so weil die ganzen ränder sind so rötlich es tut in den augen weh eigentlich explodiert gleich mein pc ich habe 1200 fps das ist auch nicht so toll was wenn was war ist Also wir sollen wohl jemanden zurückholen. Ich hab grad null verstanden von der Story. Irgendwas mit einem Geist. Wir sollen einen Geist zurückholen, oder wie? Naja, ich glaub eher, wir sollen ja diese Camps wieder aufbauen, irgendwie, ne? Die sind ja irgendwie nicht mehr in Ordnung, oder? Also für mich ist es sehr schwer, den Text zu lesen, weil meine Augen anfangen zu tränen durch dieses, diesen 3D-Effekt oder was auch immer das ist da am Rand. Hab ich nicht. Du bist jetzt Player 1, ne? Nehm ich an. Ich bin diese schreckliche, Rotare. Ich bin Pascal. Ich bin Pascal der Gründe. Ah, am dritten Mal geht's? Okay. Oh, ja, wir sind sehr eckig. Also wir müssen Geist finden. Mehr durfte ich grad nicht mehr lesen. Setup Biotens, Zelt heißt das, ne? Und irgendwas mit Campfire stand da grad. Ich konnte nix lesen. Ist das nicht Indiana Jones Schrift? Ja. Hallo. So, ich hab alles rausgehauen. Was ist mit dem Zelt? What to mess, let's do? Äh, place. Achso, das sind die Zelte. Achso. Ich glaub ich hab's gerade hingestellt. Aber es dauert noch was. Ne, place. Ich muss da was rein tun. Ja, so ne Art Seil oder was das ist. Keine Ahnung. Da musst du Holz. Ich hab die Holz gehabt. Ich hab aber keine Axt. Ja, die. Mir ist ne Axt. Ja, ja. Ich hab, die kannst. Du musst immer alles wegwerfen wieder. Boah, das ist ja wie beim Schnetzeln hier. Bei den. Ich mach schon mal Steine. Ich mach selte auch gar nicht mehr. So, wie kann ich ihn wegwerfen? Achso. Wo kann ich ihn wegwerfen? Hallo? Muss man zelten? Ja, wenn du zu langsam bist, dann wird es dir abgebaut. Ich weiß ja noch nicht mal, wie ich Sachen überhaupt anfassen kann. Was ist das für ein Quatsch? Ich will hier wieder raus. Muss man das auch noch in der Reihenfolge machen oder was? Ja, so wie der ist da. Jetzt bräuch ich Steine. Ich hab keine Steine. Och Mensch. Ist der Hammer? Ist das alles nur einmal oder was? Ja, einmal. Ich glaub, mein Zelt steht. Ach nee, da musst du noch. Ja, nur ein Hammer? Nur eine Axt? Ja. Was ist mit deinem Zelt? Was musst du da noch machen? Das ist fertig schon. Ich brauch Holz. Mein Holz ist weg. Was ist das Holz denn? Ja, hier. Ich hab welche gemacht. Ja, wieso kann ich das nicht mal reintun? Ich geh mal angeln. Achso, da ist ne Angel. Ich geh mal eben angeln. Boah, ich häng an dieser Scheißdinge hier. Also ich hab grad so null Ahnung von diesem Spiel. Das wollte ich nur mal eben nebenbei erwähnen. Ich bin auch zum ersten Mal drin. Nach ungefähr 40 Versuchen, wo es gar nicht funktioniert hat. Ich hab die ganze Zeit gedacht, du machst diese Klutschgeräusche. Wie viel Holz machst du da? Wo brauchst du so viel Holz? Ja, damit du nichts da reintun kannst. Nein, das ist aber, ich brauch's noch viel gar nicht. Ich bin doch schon fertig jetzt hier. Und wir müssen dann gleich schlafen gehen im Zelt. So, schnell schlafen gehen. Zelt drücken, aufzelt drücken. Weißt du das alles, du kleiner Sack? Wir wollten das komplett von null anfangen. Ja gut, ich wusste ja so lange auf dich warten. Da hab ich mal ein Tutorial gemacht. Boah, ich verstehe wieder was. Das war so laut gerade. Ich muss das gleich dringend mal einstellen. Get to sleep. Wie sind die anderen nicht schlafen gegangen? Ja, weil die nicht dabei waren. Die lagen aber doch die ganze Zeit da drin. Ja, die waren faul. Die haben geschlafen. Das ist beschiss. Ich hab die ganze Zeit gesehen und gelesen, dass die geschlafen haben. Und jetzt schreibt der hier einfach. Und die anderen zwei, die waren gar nicht dabei. Wir müssen jetzt einmal... Nein, Moment. Ja, aber mach die... So, jetzt können wir weitermachen. Vielleicht verstehe ich jetzt auch was. Es gibt's in Casual auch. Also man kann verschiedene Schwierigkeitsgrade aufwählen. Wenn du das mal auswählst, unten nochmal. Einfach bei... Da drückst nochmal. Drück mal. Ach so, ich kann jetzt hier durch den Wald gehen? Ja, du kannst jetzt über die zum nächsten Level gehen. Aber... Peinvoll. Ja gut. Mir egal wurde. Ja, da bitte nicht normal machen. Das schafft man nicht, glaube ich. Fun for the whole. Fun. Das ist kein Fun hier. Ihr habt sie doch nicht alle. Ja gut, das ist ein... Das ist Schwerstarbeit und hier Stress pur. Wieso bist du jetzt auf der anderen Seite? Ich weiß gar nicht, was ich... Ach so, das ist wieder der gleiche Quatsch hier. Äh, weg damit? Moment. Äh, äh... Weiß ich doch nicht. Aber du hast jetzt selber welche? Oder musst du mir jetzt... Ich hab keine Axt. Ich hab keine Axt. Kann ich zu dir rüber? Oh. Kann ich. Da. Gib mir ein Holz. Gib mir ein Holz. Jetzt nehmen die das verdammte Holz an. So, ich brauch Stein. 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 Wo geht das? Ja, das musst du machen. Nein, du hast die Spitzhacke sehe ich gerade. Wieso hab ich die auch? Keine Ahnung. Ich hab hier hinten gar nichts. Gib mir mal Steine. Nein, glaub mir die nicht. Mein Zelt ist gleich kaputt, du Arsch. Geh weg. Oh nein, ich brauch den Hammer. Oh. Ich brauch den Hammer. Gib her. Gib mir den Hammer. Wieso kann ich dich nicht hauen? Nimm den. Wieso kann ich dich nicht hauen? Das ist ein Scheißspiel, wenn ich dich nicht hauen kann. Wo ist die Laterne? Die hab ich. Die brauch ich. Achso, ich muss ja schließen. Ja, du hast ja da noch eine. Ja, jetzt nimm. Nimm die Scheißlaterne. Ich glaub, das wird ein Fluchspiel. Das tut mir leid, liebe Leute. So, warte. Wir müssen das Campfire noch machen. Das Campfire. Welches Campfire? Das ist ein Niveau. Hier. Ach, das soll echt jetzt ein Campfire sein? Oh, scheiße. Da müssen wir... Äh, Steine. Geh weg. Geh weg. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Noch zwei Holz. Zwei Holz. Nein, keine Steine mehr. Holz. Doch, ich mach auch Steine. Nein, mach nicht so viel. Wir brauchen so viel Zeugen. Das ist ineffizient. Das ist mir doch egal. Hier, Holz. Nimm Holz mit. Holz. Die Axt brauchen wir. Nein, wir brauchen Holz, hast du gesagt, du Arsch. Nein, wir brauchen die Axt. Ich hau dir mit nachher gleich einer auf den Kopf. Geh schon mal angeln. Fisch. Hoh mal Fisch. Ja, wie soll ich... Ich weiß gar nicht, wie man angelt. Keine Ahnung. Einfach drücken auch. Und nicht ins Wasser gehen. Bestimmt's. Nichts. Ja, okay. Fische. 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 Ja, dann mach. So viel brauchen wir nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du hast gesagt, ich soll Fisch ins Feuer... Der lief aber ganz schön. Ah! Der erklärt mir hier nix. Du brennst. Feuer. Wir brauchen Feuer. Nein, Holz. 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 Ich hab' geholzt. Geh weg. Wo ist denn das Holz, was ich extra dahin gelegt habe? Wir müssen in unsere Camps gehen. Ich brenne auch. Ich hab das Camp, glaube ich, jetzt... Also, das Zelt, glaube ich, jetzt gerade abgebrannt. Wir haben Glück gehabt. Bei uns kommt kein Bär, weil wir das Käschen gemacht haben. Family freundlich. Was für ein Bär? Ja, normal kommt ein Bär. Den musst du mit dem Fisch füttern, sonst killt er dich. Also, ich muss hierbei nochmal erwähnen, dass wir jedes Spiel, ohne reinzugehen, direkt von Anfang an das erste Mal machen und diesen Teil aufnehmen. Ich hab' absolut keine Ahnung, wovon der Epi gerade redet. Ich hab' das so im Video gesehen. Weil ich halte mich an die Spielregeln. Hallo, du hast mir das Video geschickt von denen, die das gemacht haben und gesagt... Ja, das hab' ich mir doch nicht richtig angeguckt. Ich hab' nur kurz geguckt, wie das überhaupt gespielt wird. Ja, und die haben zweimal einen Bär gehabt. Einmal wurde der vom Bär gefressen und einmal hat er dann dem Bär einen Fisch gegeben und dann war das okay. Lass uns Richtung Regenbogen laufen, da ist das Gold am Ende. Und ich möchte nochmal erwähnen, peaceful heißt nicht friedlich. Weil das ist ein Horrorspiel, was seinesgleichen sucht. Wieso hab' ich die Angel jetzt schon wieder in der Hand? Setz dich einfach dahin. Ja, jetzt, mach! Mann. Also, ich werd' in jeder Runde, werd' ich wahnsinnig. Der klaucht mir schon wieder... Ne, der klaucht mir doch keinen. Mann, jetzt mach Holz. Ich brauch' zwei Holz. Ja, du kriegst das Ding gleich ins Gesicht, wenn du mich hier dauernd... Kommt immer zwei raus, oder? Okay, das sollst du nicht nehmen. Immer aus einem Baum, ja. Steine! Geh weg! Geh weg! Nein, ich brauch' Holz! Wo ist hier Stein? Ja, mach die Steine! Keine Ahnung! Wo soll ich das wissen? Du kennst das Spiel, ja! Nein, ich kenn's nicht! Hallo? Wo ist hier ein Stein? Ich kann auch nicht in das Haus gehen. Hallo? Äh... Kannst du auch nicht hier ins Wasser oder so? Nein? Äh... Warte mal, wie komm' ich da runter vielleicht? Mach schon mal ein bisschen Holz fürs Lagerfeuer. Ach, da unten! Aha! Ich komm' hier nicht hoch! Geh weg! Ich brauch' Steine! Wie komm' ich denn? Ich kann nicht springen, oder? Komm' ich da jetzt wieder hoch? Äh... Ja, geil! Ich bin tot! Ich kann nicht springen! Warum denn das Ding? Ah! Jetzt hab' ich es verstanden! Ach so, ich bin wieder da oben! Sag das doch! Ich weiß, wie es geht! Jetzt ist das Ding kaputt, weil du mich ja sterben lassen! Na toll! Äh, das Holz ist wieder weg! Och, Leute! Ich hasse euch! Ich hasse euch! Und ich hasse den EP, weil der mir dieses Spiel aufgezwungen hat! Äh, wo ist das Ding jetzt bei mir? Komm, komm, komm! Wo ist der Hammer? Da hinten! Jetzt! Nimm diesen blöden Stein! Ich brauch' den Hammer! Gib her! Schnell! Warte! Mach' bei mir! 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 Das ist doch deins! Das hab' ich mit deinem zu tun! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Da! Ich hab' schon Holz gemacht hier! Ach so, wir brauchen Steine! Toll! Wir brauchen noch mal Steine! Oh! Komm! Mach! Noch'n Stein! Noch'n Stein! Ja, warum holst du keinen? Ja, weil du da unten gerade warst! Und ich bin schon mal das Holz am holen! Ich glaub' wir brauchen noch Holz dafür! Ja! Da siehste! Und jetzt haben wir einen ganz kurzen Weg! So! Jetzt brauch' ich noch mal! Hol' schon mal Fisch! Wir brauchen Fisch! 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 Jetzt werf' die doch nicht wieder zurück ins Wasser, du Idiot! Lass mich da hin! Hm? Ich bin schon wieder am Brennen! Nein! Wo ist der? Jetzt angel doch mal! Oh, ist das dein Ernst? Ich muss Holz holen! Nein, du musst Fische holen! Nein, ich muss doch Holz holen! Hilfe! Nein! Weil du reingefallen bist dann mal verloren! Nein, du bist... Du hast Feuer gefangen! Nein, du! Also, ganz ehrlich ihr Lieben! Wenn ihr jemals auf YouTube dieses Spiel wählt... Ja? Und ein Let's Play oder irgendwas davon anschaut! Ich werde euch garantieren... Wenn die sofort wissen, was passiert... Die haben sich das schon mindestens eine halbe Stunde vorher angeguckt! Das wollte ich nur mal erwähnt haben! Das würden wir nie tun! Nee, ich nicht! Nee! Warum gehst du jetzt woanders hin? Warum machen wir dich das gleiche nochmal? Du gehst immer weiter! Ich war ja unten links! Oh! Nee! Ist doch nicht das gleiche! Doch! Es ist das gleiche! Hä? Wieso habe ich das Ding jetzt in der Hand? Och! Mach das doch mal weg, Mensch! Ich will mein Zelt aufstellen! Ich geh schon mal da rüber und mach mal Scheine! Mach Holz! Äh, mach Dings! Ach, du hast dein Dings gar nicht reingemacht! Ja, dann kann ich dir auch nicht mehr... Nee! Ich glaube, wir sollten die tatsächlich auch nacheinander machen! Wo ist meine... Nein, du hast meinen Stein geklaut! Ist das denn wahr? Den hast du mir doch extra rübergebracht! Nein! Hä? Wo ist denn die... Ist das die Arzt? Ja! Moment, Moment! Geh schon mal angeln! 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 Ich kann das nicht hinstellen! Wieso kann ich das jetzt? Ach Scheiße! Wir brauchen... Hallo! Wieso komme ich hier nicht? Ja? Boah! Es ist halt ernst! Ich komme hier nicht durch! Der Fisch ist, äh, 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 filetiert wird da gerade von selber! Ah! Wir werden es schaffen! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Doch mach rein! Mach rein! Die Axt! Die Axt! Oh! Ich hab das alles klein hier! Geh weg! Da! Da! Schnell! Hol'n Fisch! Nein! Wieso nimmt der denn nicht? Musst ihr dieses scheiß Zelt aber auch so blöd hier vorne hinstellen? Jetzt mal ohne Scheiß! Nein! Nein! Oh, du bist tot! Oh! Heult ihr mich hier eigentlich? Da! Schnell! Heult! Heult! Ich lauf hier einfach ohne was ich was mache! Geh schon mal zu deinem Zelt! Geh schon mal zu deinem Zelt! Komm! Komm! Jetzt mach! Mach! Oh! Ich glaube, wenn das hier vorbei ist mit der Aufnahme, dann muss ich ins Bett! Ich kann nicht mehr! Ich bin zu alt für sowas! Das ist nur der Leichtmodus, den wir ja gerade machen! Nein! Das habe ich eben schon klargestellt! Es gibt hier keinen Leichtmodus! Okay! So! Wieso läuft die jetzt wieder nach oben? Wieder wegen meinem blöden... Aber das ist doch die Schrift von Indiana Jones, oder nicht? 100 Pro! Wo bin ich denn? Achso, links bin ich! Was ist das denn? Was macht der denn? Nein! Der soll das auseinander nehmen! Nein! Oh, Leute! Ja! Ja! Alles klar! Meine Sachen fallen ins Wasser! Ja! Ich habe meinen Rucksack ins Wasser geworben! Ich komme nicht zu dir! Ne, ich bin tot! Ich komme bei dir nicht rüber! Und ich kann nichts machen! Kann ich hier unten vielleicht? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich brauche Stein! Wo ist der Stein? Ja, ich bin wieder tot! Ich verstehe es nicht! Ich kann nicht zu dir! Und ich kriege ja nichts! Ich kriege kein Holz! Ich kriege keine... Ich komme auch nicht zu dir! Ich kriege keine Spitzsacke nichts! Hä? Wie? Ach! Ich habe gesehen, wie wir da hingehen müssen! Oh! Ist das schweiß! Ah ne! Ne! Warte mal! Da komme ich aber nur hoch! Da komme ich nicht bei dir! Achso! Und bei mir kommt... Ja doch doch doch! Ah! Verstehe! Ich kann mein Zelt nochmal machen! Achso! Du hast jetzt die Spitzsacke! Ich mache hier bei dir drüben die Steine! Mach immer Holz! Ich mache bei dir Holz! Und treffe dein Zelt bald! Okay! Jaja! Okay! Ich habe es verstanden! Warte mal! Ich brauche zwei Holz, ne? Ja! Und dann eventuell... Ja! Fürs Lagerfeuer bräuchte ich dann später noch! Hä? Wo ist mein Zeil? Oder? Wuii! Och Mann! Probieren wir es nochmal! Hallo! Oh! Oh! So! So! Das! Äh! Den Hammer! Gib mir den Hammer! Mach schnell! Mach schnell! Ja! Achso! Scheiße! Mach dein! Äh! Mach deine Lampe rein! Ah! Ah! Warte, ich komme mit dem Lagerfeuer zu dir! Ja, aber die Steine sind da drüben! Fuck! Ui! Komm, wir müssen jetzt beide doch schnell! Uh! Gibt es hier keinen Sprint-Taste oder sowas? So! Schnell Holz rein! Du hast die Axt! 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 Nee, wo ist die jetzt da? Doch, rechts von dir! Äh... Woher machst du fischen? Achso, fischen! Das war das! Okay! Äh, äh, äh... Was muss ich denn machen? Holz brauchen wir dann noch? Zu mir! Zu mir! Fische! 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 Ja, aber... Kannst du nicht auf der anderen Seite angeln? Das wird doch einfacher! Achso! Die sind doch vergammelt bis dahin, bis sie drüben sind! Nein, nein, du schaffst das! Du schaffst das! Nein! Boah! Also wir müssen das optimieren! Ja, ja, ja! Das wollte ich auch gerade sagen! Also das ist total kümmerlich gewesen, wie der EP das jetzt hier vorgeschlagen hat! Ja, ja! Und, äh... Wir müssen das strukturierter... Ich würde sowieso eigentlich sagen, dass wir alles auf eine Seite setzen, oder nicht? Meinst du nicht, dass das besser ist? Nein! Sicher? Ja! Da müssen wir nämlich sonst nur die Steine holen! Weil das Holz ist... Ja, aber Holz ist auf der einen Seite, Stein ist auf der anderen Seite! Also so richtig Sinn macht das nicht! Also... Wir müssen es eh rüberschleppen! Was ist jetzt los? Wieso haben wir das denn jetzt trotzdem freigeschaltet bekommen, obwohl wir es nicht geschafft haben? Das verstehe ich nicht! Hier waren wir noch! Keine Ahnung! Können wir nicht doch was anderes machen? Ja! So... Äh... 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 Hallo? Ich hab gar nichts hier! Hast du jetzt alles... Ohhhh... Ich mach erstmal ein bisschen Holz hier! Ja, aber irgendwie... Da ist die Hacke! Mach du schon mal Steine drüben! Mach du schon mal Steine drüben! Nee, die Hacke! Okay... Hm... So, ich brauch Holz gleich! Ich bring dir eins mit! Das andere musst du dann holen! Ich brauch Stein... Ein Stein drüben! Ach, ich komm hier nicht durch! Ach so scheiße! Ich brauch das Seil erstmal! Ohhhh... Hier hast du schon mal ein Holz? Ja, ich bring dir schon mal einen Stein nach drüben! Und nimm den Holz mit! Boah! Ist das ein Mist hier! Äh, ich mach den Hammer auch! Nein! Mach schnell! Mach schnell mit dem Hammer! Ich mach da jetzt immer fertig, ne? Äh... Du musst aber doch einen Stein rein, oder nicht? Nee, nee! Du musst aber Dings rein machen! Äh... 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 Ja, die Lampe! Und jetzt schnell das Campfire hier hinten schon mal anfangen bei mir! Nein, ich hab Stein in der Hand! Oder bei dir! Ach, jetzt ist der da nicht runtergefallen, würdest du mich jetzt hier... Oh, ich komm nicht nach vorne! Oh, das Campfire bei dir! Ja, genau! Oh, Stein! Ich hab schon mal Holz hier noch! Achso, Stein mach rein! Stein! Stein mach rein! Genau! Ich brauch Holz! Ohhhh! Holz! 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 Oh, wo hast du die Axt vor? Oh, wo hast du die Axt vor? Ich hab doch keine Axt! Wo hast du die hingetan? Sie ist drüben! Sie steht drüben beim Holz! Och, das war's dann wohl! Ja, der Fisch ist auch vergammelt! Ja, den kannst du ja neu fischen, aber von der Zeit her, wenn ich jetzt ständig rüberlaufen muss, weil du nicht da bist, wo du sein sollst... Hallo? Wieso geht der Fisch da nicht rein? Ich bin Fisch! Achso, ich muss rüber! Ich muss rüber! Lauf! 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 Du musst doch Holz reinmachen! Scheiße! Hast du kein Holz mehr? Was? Wo? Achso! Scheiße! Oh! Ja, toll! Jetzt bin ich wieder nicht drüben! Ich dachte, du hättest nur Holz! 30 Sekunden! Halt die Klappe und lauf! Schnauze! Spring! Oh! Also, chaotisch! Oh! Ich glaube, wir sollten Moana mal zu ne Runde einladen. Moana, solltest du diese Folge sehen, du bist herzlich eingeladen, dieses Spiel mit uns aufzunehmen! Mit uns auszurasten! Ja, genau! Oh Gott! Oh Gott! Ähm... Da rechts war jetzt... Achso, da oben kam er weiter! Okay, das haben wir zumindest mal gemacht! Wir wollen uns die Dinger ja mal anschauen, ne? Oder was? Ja doch, eine Runde können wir auf jeden Fall noch machen! Das geht ja schnell! Leider! Oh Gott! Jetzt sag mir nicht, ich muss hier mit ner Dings fahren! Äh... Hallo! Schmeiß mir doch die Spitzhacke nicht weg! Hallo! Mach Holz! Ne, Holz! Nein, ich bin mit der Spitzhacke dran! Du sollst Holz hacken! Ach, du musst da hinten! Ah, okay! Ja geil, ich komm hier nicht rüber! Ich bin tot! Achso, warte mal, kann ich dich... Ja, du musst mich sogar! Äh... Ah, ich hab's verstanden! Nein! Nein! Hallo! Du! Ja, du bist... Verarscht mich doch nicht! Ja! Ich hab dich da vielleicht vorgeschubst, aber ich selber bin da nicht reingelaufen! Boah! Wir müssen die Richtung der Waggons ändern! Hä? Warum gehst du jetzt... Gehst du jetzt so richtig? Ja... Du hast irgendwie grad peaceful ausgewählt, aber... Ne, ich hab gar nichts gemacht! Ah, ich seh nichts! Spitzhacke! 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 Hä, wo ist denn das Bein? Oh, ich komm hier lang! Es liegt rechts am Feld! Kann man die Dinger da rausholen? Wahrscheinlich nicht, ne? Boah! Ich komm hier gar nicht mehr raus! Hallo, wie viele sind das bitte? Moment, ich... Moment! Mensch, ich hab doch gesagt, du sollst warten! Ja, aber ich muss ja da durchkommen! Nein! Nur wenn ich's umstelle! Kann ich nicht wiederbeleben jetzt irgendwie, ne? Ja, mit dem Ding! Mit was? Achso, mit dem Sunny-Kopper! Der erste Hilfe-Kasten, den ich eben... Boah ey! Warum kann man die Sachen nicht so nehmen, wie man das... Du sollst mich damit nicht hauen? Ja, und ich komm wieder nicht durch! Mann, ich stell sofort wieder um, ey! Ja, weil das Zelt können wir jetzt vergessen, das dauert zu lange! Wie, das können wir vergessen? Ja, warum bringst du da einen Stein hin? Weil ich hier eigentlich die Sachen am aufbauen bin! Aber irgendwie kommen mir dauernd diese scheiß Dinger entgegengefahren! Ja, jetzt hast du mich da rausgekriegt! Vor allem wäre das hier wirklich besser, wenn wir uns auf eins konzentrieren würden! Jetzt haben wir jeder ein Holz da reingemacht und dann... Ja, das ist ja auch richtig! Nee! Jeder macht einen Holz ran! Wo ist das Campfire? Campfire-Stack-Sack! Steht hier? Äh, aber... Steine! Steine! Ich muss da rüber! Schnell! Ja, was? Ja, du brauchst doch nur den Schalter hier umlegen! Mach doch selber! Ja, wieso sagst du mir das dann nicht? Du sagst nur, ich muss irgendwas machen! Zackig! Hallo! Gib das doch mal auf hier! Hier lag doch einer! Ja, den hab ich da hingeworfen, danke! Wir brauchen noch ein Holz! Oh! Eins liegt hier noch! Oh, mal die Axt! Schnell! Warum fährst du wieder rum und nicht wieder rumfahren? Wo ist die Axt? Äh, Fisch! Wo können wir... Ach, da hinten! Nein! Wieso hat der jetzt nicht die Angel genommen? Boah, ist das nervig! Ganz edelig! Nein! Doch! Hier, nimm den Fisch! Kann ich nicht, du stehst davor! Äh! Musstest du... Ja, ja, musstest du! Wir brauchen noch eins! Schalter rum! Brauchen wir nur eins? Ja! Glaube ich, oder? Geh schon mal vor dein Zelt! Ich stehe hier, stehe! Aber ich komm nicht rein! Ich komm nicht rein! Ich komm nicht rein! Doch, oh nein! Nein! Ey, ihr wollt mich wirklich! Okay! Man darf ja nicht mehr fluchen mittlerweile bei YouTube, ne? Laut neuem Gesetz! Aber... Hallo? Ey! Ganz ehrlich! Da würde mich jeder jetzt sofort aus dem Gefängnis wieder rauslassen, ne? So! Das war noch nicht mal eine halbe Sekunde! Also, pass mal auf! Ich, Holz, du, Stein! Ich betätige den Hebel! Ja, du! Du solltest mir, wenn du irgendwas rausfindest, demnächst vorher sagen, wie du die Richtung änderst! Ich höre nur, du musst die Richtung ändern! Du musst die Richtung ändern! Ja, Schatz? Wie denn? Das sage ich dir nicht! Du musst den Schalter umlegen! Ich dachte, den hättest du gesehen! Nein! Ich war doch die ganze Zeit mit dem Hacken beschäftigt! Von den Steinen! Ja, du brauchst... Also, wir brauchen nicht alle Steine weghacken, die da sind! Du brauchst so ein paar, ne? Also, fürs Zelt brauchen wir einen! Für das Camp war ja ein! Drei, vier... Also, ich denke mal vier oder fünf höchstens! Mehr brauchen wir... Also, vier wahrscheinlich! Höchstens! Also, mein Fazit jetzt zum Ende der ersten Folge! Ich hasse es jetzt schon! Ich bin schon aggro ohne Ende! Aber es ist irgendwie trotzdem lustig und es lenkt mich sehr ab! Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal einen ganz schnellen Cut! Und dann sehen wir in der nächsten Folge, ob wir das vielleicht doch nochmal schaffen hier mit diesen Löffeln! Ja! Bis zur nächsten Folge! Ciao! Bis dann! Ciao! 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 Ciao!